Das können wir so mit 46ern und 47er Frequenzen in der gleichen Zeit, also 13 mal, aber mit deutlich mehr Druck. Also vorne ist ein bisschen zu hoch. Für einen 50er okay, aber für 100er kann ich ein bisschen zu hoch. Aber gut, ich brauche den Weg. Das ist ein bisschen zu hoch. Und das ist ein bisschen zu hoch. Low-frequenz, low-control. Weniger Seed 55.1.